Vergangenheit trifft Zukunft. Ulm Stories. Geschichten einer Stadt. Ein fantastisches Erlebnis rund um das Ulmer Münster. Der Traum vom Fliegen. Eine Virtual Reality Reise über Ulm um 1890. Stimmen des Münsters. Das Hörerlebnis in elf Szenen. Resonanzen. Das Live-Event zum Auftakt. Seien Sie dabei, wenn sich Geschichte und Zukunft begegnen. Die Reise beginnt ab 14. Juli.